Der 1. FC Frankfurt e.V. e.V. ist ein deutscher Fußballverein aus Frankfurt. Er wurde 1951 in Leipzig als Vorwärts Leipzig gegründet. Zog 1953 nach Ostberlin und gewann dort bis 1971 als Vorwärts Berlin mehrfach die Meisterschaft und den Pokal im DDR-Fußball. Seit 1971 spielte der Verein in Frankfurt zunächst als Vorwärts Frankfurt und später als Frankfurter FC Viktoria. Am 1. Juli 2012 benannte sich Viktoria unter Anschluss des MSV Eintracht Frankfurt in 1. FC Frankfurt e.V. Um Geschichte der 1. FC Frankfurt ist der Nachfolger des DDR-Oberligesten FC Vorwärts Frankfurt, dessen Ursprünge in Leipzig lagen. Vorwärts gehörte zur Armeesportvereinigung Vorwärts bzw. dessen Vorgänge Organisationen und war daher eng mit der Entwicklung der nationalen Volksarmee verknüpft. Dies führte neben mehreren Namens- und Wappenänderungen auch dazu, dass die Armeesportler als einzige Mannschaft der Oberliga zweimal in eine andere Stadt umziehen mussten. Alle Spieler und Trainer des Vereins bekamen bis zur Wende automatisch einen Dienstgrad der NVA zugewiesen. 1951 bis 1953 Anfang der 50er Jahre wurde vom Vorläufer der kasernierten Volkspolizei der Hauptverwaltung Ausbildung eine Sportvereinigung vorwärts gegründet, die nach sowjetischem Vorbild als sportliches Aushängeschild der nationalen Streitkräfte dienen sollte. Bei einer 1951 durchgeführten HVA-internen Meisterschaft zur Ermittlung der besten Vorwärtsmannschaft gewann die Leipziger Vorwärtssportgruppe mit 9 zu 2 gegen die SV Vorwärtsburg, woraufhin Leipzig zum HVA-Fußballstützpunkt erklärt und vorwärts Leipzig für die Saison 1951, 52. ohne sportliche Qualifikation in die Oberliga eingestuft wurde. Dabei bekam die Sportgruppe die neue Bezeichnung SV Volkspolizei Vorwärts Leipzig. Das erste Mal erwähnt wurde dieser Name am 2. August 1951. In ihrer ersten Saison trat die SV Vorwärts zunächst in den Farben Schwarz-Rot-Gold an. Die Heimspiele wurden im Wackerstadion im Leipziger Stadtteil Golis ausgetragen. Bereits während der Saison kam es zur ersten Umbenennung in SV Vorwärts der Hauptverwaltung Ausbildung Leipzig. Die Mannschaft erreichte jedoch nur den 15. Platz und sicherte sich somit erst spät den Klassenerhalt. In der Folgesaison kam es dann zu einer Reihe von Veränderungen. Neben den Clubfarben wurde am 2. November 1952 erneut der Name geändert in SV Vorwärts der kasernierten Volkspolizei Leipzig. Darüber hinaus wurden im Laufe der Spielzeit acht Spiele vom sportlich stärker eingeschätzten Lokalrivalen BSG Chemie Leipzig abgeworben. Was jedoch den Zorn der Leipziger Fußballanhänger nach sich zog. Doch trotz der Verstärkungen trat vorwärts keine Leistungsverbesserung ein. Stattdessen stieg der Club aus der Oberliga als 14. von 17 Mannschaften ab. Bereits die letzten Spiele der Saison wurden im Ostberliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark unter neuem Namen ausgetragen. 1953 bis 1971. Die Delegierung der Sportvereinigung in die Hauptstadt der DDR hatte mehrere Gründe. Zum einen war vorwärts gegenüber Chemie in Leipzig nicht sehr beliebt. Des Weiteren sollte Berlin in der Oberliga vertreten sein. Die im Osten Berlins ansässigen Oberliga- und Ligamannschaften hatten das Problem, dass viele der besten Spieler durch die zu jener Zeit noch offene Grenze zu Westberliner Vereinen abwanderten. Unter derartigen Bedingungen konnte kein Ostberliner Club auf Dauer mit den Vereinen aus der restlichen DDR konkurrieren. Ein dauerhaftes Fernbleiben von Berliner Vereinen aus der obersten Spielklasse der DDR sollte allerdings aus Prestigegründen unbedingt vermieden werden. Daher wurde der Plan umgesetzt. Mit der Delegierung von vorwärts Leipzig eine möglichst konkurrenzfähige Oberligamannschaft mit einem weitgehend fluchtresistenten Kader aus. Armeeangehörigen zu etablieren. Zur Saison 1953-54 trat daher der SV vorwärts der KVP Berlin an. Ein Jahr später wurde mit dem SC Dynamo Berlin eine weitere Mannschaft der uniformierten Kräfte in Berlin installiert. Ein Grund für diese Entscheidung könnte darin gelegen haben, dass den Armeefußballern nicht allzu viel Vertrauen entgegenkam. Nachdem sie bereits in Leipzig nur schwache Resultate hatten. Dynamo Dresden dagegen war 1953 Meister und 1954 Dritter geworden. In ihrer ersten DDR-Liga-Saison wurde SV vorwärts erneute mehrmals umbenannt. Der Änderung am 27. September 1953 in Zentraler Sportclub vorwärts der KVP Berlin folgte am 7. März 1954 ZSK vorwärts Berlin als neuer Name. Mit dem neuen Namen und dem neuen Standort hatte die Mannschaft mehr Erfolg und schaffte den Wiederaufstieg. Außerdem konnte man den Pokal gegen den favorisierten Oberligisten Motor ZSK gewinnen. Zu dieser Zeit pendelte die Mannschaft weiterhin noch zwischen dem Trainingszentrum und Wohnsitz in Leipzig und der Heimspielstätte in Berlin. Da sich dies negativ auf die Leistung auswirkte, wurde der Standort des Klubs während der Saison 1954 55. nach Strausberg verlagert. Die Spieler sollten ebenfalls den Wohnsitz wechseln, was 16 Spieler ablehnten und stattdessen in Leipzig blieben. Sie bildeten dort zusammen mit der in Leipzig verbliebenen Reservemannschaft des alten SV vorwärts Leipzig sowie der zweiten Männermannschaft des SC DHFK Leipzig die Mannschaft des neu gegründeten SC vorwärts Leipzig. Die nach Berlin umgezogenen Spieler wurden durch die Hälfte der ersten Mannschaft des SC DHFK Leipzig verstärkt. Zunächst gehörte vorwärts aber weiterhin zum Mittelmaß der Oberliga und belegte nacheinander die Plätze 8 und 10. Das Jahr 1956 markierte eine sportliche Wende für vorwärts, als man in der Oberliga 6. wurde und das Finale im FDGB-Pokal 1956 erreichte. Voraus gingen erneut organisatorische Veränderungen. Im Januar 1956 war die Nationale Volksarmee aus der KVP hervorgegangen, am 1. Oktober wurde dann die Armeesportvereinigung vorwärts gegründet. Am 31. Oktober wurden die Berliner in zentraler Armeesportclub Vorwärts Berlin umbenannt. Im Februar des darauffolgenden Jahres hieß der Klub dann nur noch Ask Vorwärts Berlin, womit die erfolgreichste Epoche des Klubs begann. In den fünf Spielzeiten zwischen 1957 und 1962 erreichte das Team immer Platz 1 oder 2. Dreimal wurde man Meister und durfte am Europapokal der Landesmeister teilnehmen. Außerdem wurde der Ask bei der ersten Austragung des Europapokals der Pokalsieger als Vertreter des DFV entsendet. Ein Höhepunkt dieser Zeit war das Erstrundenspiel im Landesmeisterwettbewerb 1959, 60. gegen die Wolverhampton Wanderers. Das Vorwärts Berlin vor 65.000 Zuschauern im Walter-Ulbricht-Stadion 2 zu 1 gewann. Nachdem man 1963 Dritter und 1964 Fünfter geworden war, folgte 1965 der vierte Meistertitel. Dieser konnte 1966 erfolgreich verteidigt werden. Allerdings wieder unter einem neuen Namen. Im Jahr 1965 wurde dem Fußball ein Sonderstatus im DDR-Leistungssport eingeräumt, dessen Absicht in einer gezielten Förderung dieser Sportart lag. In dessen Folge wurden neben Berlin zumeist in den Bezirksstätten der DDR vereinzelt Fußballsektionen aus den Sportclubs ausgelagert, um als eigenständige Fußballclubs den Spielbetrieb fortzusetzen. Beim Ask Vorwärts erfolgte die Ausgliederung dieser Sektion am 18. Januar 1966, deren Bezeichnung fortan FC Vorwärts Berlin lautete. Auch der Stadtrivale Dynamo wurde ab 1966 unter dem neuen Namen BFC Dynamo als selbstständiger Fußballclub weitergeführt. Mit dem ebenfalls in diesem Jahr neu gegründeten 1. FC Union Berlin war die Hauptstadt letztendlich mit drei Fußballclubs in der obersten Spielklasse vertreten. In den folgenden Jahren bis 1970 kam die Konkurrenz innerhalb der Stadt überraschenderweise nicht vom BFC Dynamo, der kurzzeitig sogar abstieg, sondern vom 1. FC Union Berlin. 1967 lagen die Unioner vorvorwärts in der Tabelle und 1968 gewannen sie den Pokal. Doch in der Saison 1968-69 wurde das Kräfteverhältnis aus Vorwärtssicht wieder zurechtgerückt. Als man die sechste Meisterschaft einfuhr und die Berliner mit Konkurrenten auf den Plätzen 10 und 13 landeten. In der Folgesaison wurden die Armee Fußballer Wiesemeister und zum zweiten Mal Pokalsieger. Vorwärts Berlin war damit die prägende Mannschaft der späten 1950er und 1960er Jahre gewesen. In Berlin stand man deutlich vor dem Team von Dynamo, welches 1954 noch mit größeren Hoffnungen in die Hauptstadt delegiert worden war. Bis auf zwei Ausnahmen lag vorwärts in der Tabelle immer vor Dynamo und entschied auch den direkten Vergleich mit 14 Siegen sowie jeweils acht Unentschieden und Niederlagen für sich 1971 bis 1991 Am 31. Juli 1971 wurde der Verein nach einem Beschluss des Verteidigungsministeriums nach Frankfurt delegiert. Die Hintergründe dieser Verlegung wurden niemals öffentlich dargelegt, jedoch gilt als sicher, dass MFS-Chef Erich Mielke hierbei eine entscheidende Rolle gespielt hat, indem er den zu der Zeit amtierenden Verteidigungsminister Heinz Hoffmann von der Notwendigkeit einer Versetzung des Vereins in die Bezirksstadt überzeugte. Dieser Umstand ließ Vermutungen laut werden, dass der von Mielke bevorzugte BFC Dynamo zum elitären Hauptstadtverein aufgebaut werden sollte und man sich mit dieser Maßnahme gleichzeitig des deutlich erfolgreicheren und weitaus populäreren Lokalreiwillens entledigen wollte. Im Zuge der Verlegung des FC Vorwärts wurde die 1971 in die DDR-Liga aufgestiegene Mannschaft von Dynamo Frankfurt nach Fürstenwalde verlegt und spielte fortan als SG Dynamo Fürstenwalde. Die letzte Berliner Saison des FC Vorwärts endete im Mittelfeld der Tabelle. Immerhin gelang in dieser Spielzeit noch der Vorstoß ins Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger. Doch an die Erfolge der Berliner Zeit konnte der FC Vorwärts danach nie wieder anknüpfen. Der umgezogene FC Vorwärts spielte in der Oderstadt fortan unter der Bezeichnung FC Vorwärts Frankfurt. Nachdem sie die Saison auf dem 12. und letzten Nicht-Abstiegsplatz beendet hatte, erreichte die Mannschaft 1976 relativ unerwartet das FDGB-Pokalfinale. Dieses wurde allerdings deutlich mit 0 zu 3 gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig verloren. In der Saison 1977-78 konnte schließlich der Abstieg nicht mehr verhindert werden. Der FC Vorwärts musste nach 1953 zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Gang in die DDR-Liga antreten. Jedoch konnte in der darauf folgenden Saison der sofortige Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse erreicht werden. Anfang der 80er Jahre erlebte der FC Vorwärts Frankfurt seine sportliche Wiederauferstehung, als er sich in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten für die Teilnahme am UEFA-Pokal qualifizieren konnte. Darüber hinaus erreichte man 1981 wiederum das Finale im FDGB-Pokal, wo man jedoch abermals gegen Lok Leipzig den kürzeren zog. Außerdem gab es in der Saison 1982-83 still mit der Wietzen-Meisterschaft die bislang beste Platzierung des Vereins in der Frankfurter Ära, bezeichnenderweise hinter dem früheren Lokalrivalen BFC Dynamo, der seit einigen Jahren die Oberliga dominierte. Am Ende der Saison 1987-88 still musste der FC vorwärts erneut in die Zweitklassigkeit. Auch hier spielte der BFC eine wesentliche Rolle. Als dieser am letzten Spieltag durch einen 1-0-Heimerfolg den Abstieg der Frankfurter Gäste besiegelte, die Niederlage der Oderstädter bewahrte gleichzeitig den zweiten Klub aus der Hauptstadt Union Berlin, vor dem schon sicher geglaubten Ausscheiden. Seit 1991 mit dem Ende der DDR war auch das Ende des bisherigen FC vorwärts gekommen, da die NVA zum 3. Oktober 1990 aufgelöst wurde und es im Umfeld der Bundeswehr eine der Armeesportvereinigungen vorwärts vergleichbare Organisationsstruktur nicht gab, der man sich hätte anschließen können. Im letzten Jahr der Oberliga 1991 still, welche während der Saison bedingt durch die Vereinigung zur NOFV Oberliga wurde, spielte die zuvor soeben wieder aufgestiegene Mannschaft dann schließlich ab Februar 1991 als FC Victoria 91 Frankfurt. Mit der offiziellen Neugründung des Vereins unter diesen neuen Namen konnte der Spielbetrieb bis zum Saisonende fortgeführt werden. Das primäre Saisonziel, die Qualifikation zur 1. oder 2. Bundesliga, verfehlte der bisherige Armeesportclub allerdings deutlich, nicht zuletzt als Folge der Auflösung der NVA und dem daraus resultierenden personellen und strukturellen Substanzverlust für den Verein. Der FC Victoria schloss die Saison als Tabellenletzter ab und erreichte damit nicht einmal die Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga, wofür der 12. Platz notwendig gewesen wäre. Der Verein verschwand so schließlich aus dem Blickfeld des Profifußballs. Mit einer Mannschaft der Namenlosen gelang es, den weiteren sportlichen Absturz zu verhindern und in der Saison 1991 92. in der Oberliga Nord-Ost-Staffel Nord den Elf Platz zu belegen, womit der Klassenerhalt gesichert war. Seit der Saison 1992 93. lautete der neue Name Frankfurter FC Victoria 91. Die Namensgebung erfolgte in Anlehnung an den vor dem Krieg existierenden früheren Verein Victoria FSC 04, dessen Tradition man damit aufnahm. In den folgenden Jahren folgten jeweils am Ende der Saison dreimal der Abstieg aus der Oberliga Nord-Ost- und zweimal der Wiederaufstieg. Seitdem etablierten sich die Frankfurter in der Brandenburg-Liga. Am 1. Juli 2012 schloss sich der MSV Eintracht Frankfurt dem Frankfurter FC Victoria an und der Verein benannte sich in 1. FC Frankfurt e.V. um. Das e.V. im Namen steht dabei für die beiden Ursprungsvereine Eintracht und Victoria. Ziel des Zusammenschlusses sollte die mittelfristige Etablierung des Frankfurter Fußballs in höheren Spielklassen sein. Am Ende der Saison 2014-15. konnte der erste Erfolg gefeiert werden. Die Mannschaft bezwang am letzten Spieltag der Brandenburg-Liga Meersdorf zeuten mit 5 zu 1 und stieg so als Tabellenerster und Brandenburg-Meister in die Oberliga Nord-Ost auf. Namens- und Wappen-Historie ... Erfolge In der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga belegt die Mannschaft den sechsten Platz. DDR-Oberliga-Meister 1958-1960-1962-1965-1966-1969 DDR-Oberliga-Wiesemeister 1957-1959-1970-1983 DDR-Oberliga-Dritter 1963-1963-DDR Liga-Meister 1954-1979-1990 FDGB-Pokalsieger 1954-1970 FDGB-Pokalfinalist 1956-1976-1981 Europa-Cup der Landesmeister 1969-1970 Europa-Cup der Pokalsieger 1970-1971 UEFA-Pokal 1980-1981 Europa-Pokal-Bilanz-Legende Gesamtbilanz Erfolge im Amateurfußball-Landesmeister Brandenburg 1997-2003-2015 Landespokal-Pokalfinalist 1996-2000-2002 Oberliga-Hallenmeister 2004 Bieland seit 1990 91. bekannteste Spieler Frieder Antrich Mittelfeldspieler absolvierte für den FC vorwärts 298 Pflichtspiele und erzielte dabei 121 Tore Horst das Mü Rechtsaußen 12-facher DDR-Nationalspieler nach Flucht in den Westen Tennis Borussia Berlin FC Schalke 04 und KSV Hessen Kassel Werner Eilitz Abwehrspieler zwischen 1952 und 1956 8-facher DDR-Nationalspieler 167 Einsätze in der Oberliga Otto Freisdorf Abwehrspieler 33-facher DDR-Nationalspieler mit der DDR-Mannschaft für Gesamtdeutschland Bronzer Medaillengewinner 1964 in Tokio Rolf Fritz Schee 2-facher DDR-Nationalspieler nach Flucht in den Westen Spieler bei Tennis Borussia Berlin FK Pirmasens Hamburger SV und KSV Hessen Kassel Erich Hamann Mittelfeldspieler 3-facher DDR-Nationalspieler Entscheidender Passgeber für das Sparwasser-Tor im deutsch-deutschen Duell bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 Lothar Hause Von 1971 bis 1991 beim FCV aktiv 9-facher DDR-Nationalspieler 25 X-Junioren-Auswahl Olympia Silber 1980-1973 Vize-Europameister U18 1978 Vize-Europameister U21 Günther Hoge Rechtsaußen Zwischen 1961 und 1968 sechsfacher DDR-Nationalspieler von 1966 bis 1970 1 FC Union Berlin Heinz Kaulmann Torschützenkönig der DDR-Oberliga 1957 anschließend 1966 bis 1968 1 FC Union Berlin Gerhard Körner Mittelfeldspieler 33-facher DDR-Nationalspieler mit der DDR-Mannschaft Bronzer Medaillengewinner 1964 in Tokio Hans-Dieter Krampe Linksverteidiger Zwischen 1959 und 1965 28-facher DDR-Nationalspieler von 1957 bis 1-9-6-9-2-6-4 Einsätze in der DDR-Oberliga Lothar Meier Halbstürmer zwischen 1954 und 1961 16-facher DDR-Nationalspieler Rainer Nachtigall Rechtsaußen 11-facher DDR-Nationalspieler Jürgen Nöldner Mittelfeldspieler 30-facher DDR-Nationalspieler Bronzer Medaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio DDR-Fußballer des Jahres 1965 66 Stil Jürgen Piepenburg Links 1088 Tore in der DDR-Oberliga 11 Tore im Europapokal der Landesmeister Thomas Rath Stürmer Mittelfeld Spielte in DDR-Oberliga für den FCV Bestritt später 111 BL-Spiele 31-2 BL-Spiele für Hertha BSC Dynamo Dresden SC Freiburg und VfB Leipzig Horst Scherbaum Abwehrspieler Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft der DDR beim allerersten Länderspiel 1952 5 Länderspiele Lutz Schnürer Mittelfeldspieler absolvierte 87 Pflichtspiele, 31 Tore für den FC Vorwärts weitere Vereine BSG Chemie PC Karschwedt BSG Lok Armaturen Prenzlau BSG Stahleisen Hüttenstadt Haul Escher FC Chemie FC Saarbrücken Karl-Heinz Spickenagel Torhüter 29-facher DDR-Nationalspieler Werner Unger Mittelfeldspieler 7-facher DDR-Nationalspieler Gewann mit Vorwärts-Berlin 5 Meisterschaften Gerhard Vogt Mittelstürmer Im Jahre 1959 4-facher DDR-Nationalspieler zwischen 1953 und 1955 sowie zwischen 1958 und 1969 1667 181 Einsätze in der DDR-Oberliga Günther Wirt Linksaußen 28-facher DDR-Nationalspieler Horst Ruck Mittelfeldspieler zwischen 1966 und 197 8263 für den FCV in der Oberliga Bernd Wunderlich Stürmer 1984 1 Länderspiel für die DDR zwischen 1982 und 1989 86101 Einsätze in der Oberliga für den FCV 1838-Tour 1838-2002 1844-001 1932-002 2031-203 2031-2031 2031-2032 2131-2033-2032 2032-2032 2131-2032